Die Daune ist leicht, fühlt sich schwerelos an, wie ein Hauch auf der Haut. Es ist ein außergewöhnliches Gefühl, sich in eine Daunendecke zu kuscheln, am Morgen fit und erholt in den Tag zu starten, weil wir in der Nacht so richtig tief geschlafen haben. Jeder von uns bevorzugt seine ganz spezielle Wärme, die wir durch die Füllmenge steuern. Wir passen diese für sie an. Alle unsere Daunen sind ein wertvolles Nebenprodukt der Gänsehaltung. Wir lieben das Fleisch der Gans, das wir gerne köstlich zubereitet an Festtagen verspeisen. Übrig bleibt die Daune. Dank artgerechter Handaufzucht und Freilandhaltung in der Region erhalten wir ein ethisch korrektes Naturprodukt. Diese Transparenz von der lückenlosen Rückverfolgbarkeit, von der Daune bis zum Ei, ist dokumentiert im Daunenpass. An Nachhaltigkeit wird die Gänsedaune wohl kaum übertroffen, denn unsere Daunendecke können wir 30 Jahre in Verwendung haben, aber auf die richtige Pflege kommt es an. Reinigung von Bettdecken und Kopfkissen ist Vertrauenssache. Seit sieben Jahrzehnten verwenden wir zur Bettfedernreinigung aus gutem Grund nur reinen Wasserdampf. Sonst nichts. Keine Seife und keine Chemie. Wir von Bettenfeuerstein sind die Daunenexperten, damit sie sich in ihrer ganz besonderen Daunendecke richtig wohlfühlen. Bettenfeuerstein. Damit die Nachts mehr Freude macht.